Turn your back like you always do, face away and pretend that I'm not, but I'll be here, cause you're wrong. Mark Stendera, gerade erst eingewechselt, mit einem Welthuf. Dr. Martin Thomsen, schaut doch einmal genauer hin. Der Schiedsrichter ist keine Luft mehr. Den Unparteiischen bleibt nichts anderes übrig, als dieses Traumtor zurückzunehmen. Der Unmut ist verständlich, Stenderas Emotionen kochen über, nur wenige Momente später. Der nächste Auslass, der nächste gelbe Karte, gelb, rot.